Servus Leute, RagingRaptor hier und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar heute schauen wir uns an, was denn ganz genau in dem Fragen- und Antworten-Stream da gefragt und geantwortet worden sind. Ja, dieser Artikel bzw. die Informationen wurden von Harkonnen zusammengetragen und von Bleeding333 aus dem Forum übersetzt. Und ich habe jetzt mal die gejoinkt, um diese in meinen bekannten PowerPoint-Präsentation euch vorzustellen. Ja, es werden viele Dinge angesprochen. Ich werde auch zu jedem Thema nochmal kurz meine Meinung dazu sagen, weil es gibt Sachen, die sind sehr interessant und es gibt Sachen, die halt ich persönlich natürlich nicht so gut finde. Ich würde natürlich wirklich es auch schätzen zu sehen, was ihr von den verschiedenen Themen haltet. Darum, ja, schreibt es in die Kommentare, was ihr von den verschiedenen Themen denkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diverse Themen geben wird. Da sind wir alle einverstanden. Und es wird sicher diverse Themen geben, wo wir alle nicht einverstanden sind. Also springen wir doch rein in die Themen, die wir heute haben. Wir schauen uns die geplanten HE-Überarbeitungen an. Die A-Team-Überarbeitung, Crew 2.0, die neuen Bäume, die geplant sind, Battle Pass 2.0, Map-Training, eine Platoon-Suche. Und zu guter Letzt haben wir noch etwas Diverses oder diverse Themen, die man nicht so gut kategorisieren kann. Das erste große Thema, das im Livestream angesprochen worden ist, sind die HE-Überarbeitungen gewesen. Und da ist es einfach das große Problem, das man vor allem momentan hat, ist, dass man stupide sein kann und einfach HE-spammen kann mit dicken Kanonen. Also das Panzer wie Jagdpanzer 100. Vor allem aber 60TP und E-100 sind da so ein bisschen die kritischen Fahrzeuge. Also ich gucke da ein bisschen auf den guten, netten Alko-Akku, ne? Das ist ja wirklich das große Problem, dass ja wirklich HE fast immer nur gespammt wird in E-160TPs. Und anscheinend ist es sogar ein sehr, sehr großes Problem auf dem russischen Server, wo man sich dort über diese Drunk-Driver sogar lustig macht. Dass sie sich einfach mit Wodka voll saufen lassen, volllaufen lassen und dann einfach dumm spielen und nur HE-spammen. Und das funktioniert halt. Ein 60TP kann gut pro Schuss 400 Schaden machen, wenn man einigermaßen nicht dumm zielt mit der HE-Only. Und ich werde vielleicht sogar probieren, in der letzten Ranked Season als Meme auch HE-Only im 60TP und der E-100 zu schießen. Einfach nur zu zeigen, dass es wirklich funktionieren kann. Aber ja, das ist eigentlich das Problem gewesen, dass Wodka mit diesen Überarbeitungen halt verringern will oder halt verbessern will. Der erste Punkt ist, dass der Punkt des Einschlages wird neu berechnet. Die Panzerung wird dadurch eine höhere Rolle spielen. Momentan ist es so, wenn das jetzt zum Beispiel beim Panzer ist, dieses kleine Lego-Ferrari-Auto, wenn der Schuss hier rauf klatscht, dann wird um den Einschlagpunkt eine Sphäre gebildet und da wird dann die niedrigste Panzerung gesucht, wo dann zum meisten Schaden führt. Das sieht man zum Beispiel auch hier in der Berechnung der HE. Die Impact-Distanz oder die Distanz zu diesem Punkt, geteilt durch den Splash-Radius von dieser Kalone und eben natürlich, wie dick diese Panzerplatte ist, wird auch noch einberechnet. Und darum kann es eben sein, wenn ihr zum Beispiel jetzt eben hier drauf zielt, auf die Oberwanne, die eigentlich super dick ist, dann wird höchstwahrscheinlich die Distanz gesucht zu dieser dünnen Aufbauplatte hier, die vielleicht nur 20 mm dick ist oder eventuell hier unten rein, wo ja auch super dünn ist. Und das kann natürlich dazu führen, dass Fahrzeuge zum Beispiel auch dazu mal im Typ 5 schwer locker 500 bis 600 Schaden nur durch HE treffen oder fressen können. Und darum wollen sie das jetzt so überarbeiten, dass wirklich da, wo die HE trifft, da wird auch der Schaden berechnet. Und somit heißt es natürlich, je mehr Panzerungen dort habt, desto mehr oder desto weniger Schaden kriegt ihr oder mehr Schaden wird absorbiert. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Idee, weil das hilft natürlich Fahrzeugen, die halt wirklich Pamzung haben oder auf diese Pamzung hoffen, dass das auch funktioniert. Also zum Beispiel auch eine Maus, die dann irgendwie die ganze Zeit ins HE gespammt wird, HE ins Gesicht gewixt wird. Ist natürlich auch nicht so nice momentan. Das sollte dann natürlich auch ein bisschen verbessern. Eben das Ziel ist, dass HE-Spam verringert wird. Diese HE-Änderungen werden dann auf einem Sandbox getestet. Und auch noch ganz, ganz wichtig ist natürlich, diese Schottpanzung wird auch effektiver sein gegen HE. Also hier, die besten Beispiele wären dann natürlich die Ehrenhundertseite, beziehungsweise der Super Pershing und auch der neue Bisente Quarante Cinque, welcher ja auch mit Heatscreens oder mit Schottpanzung ummantelt ist. Alles in allem finde ich das eigentlich eine gute Lösung. Ich hoffe nur, dass Wargaming nicht wieder mit dieser Idee kommt, dass sie die Pam wegnehmen sollen, weil das wäre super, super öde. Ich finde es aber gut, dass nicht-pennende HE einen viel geringeren Einfluss hat. Was ich mir persönlich noch wünschen würde, ist ein Minimumschaden, der diese nicht-pennende HE macht, damit man sagen kann, yo, ich möchte, dass diese HE die Möglichkeit hat, ein Ziel mit ganz, ganz wenig Strukturpunkten einfach noch wegzunehmen. Also sagen wir es mal so, 10 HP oder vielleicht 20 HP einfach noch mal kurz wegzunehmen, im High-Tier-Bereich zumindest. Das wäre so meine Hoffnung noch, aber ich bin gespannt, wie diese HE-Überarbeitungen umgesetzt werden. Was ich natürlich auch noch hoffe, ist, dass Wargaming, die HE-Änderungen, die sie dazu mal sich überlegt haben, aka der Modulschaden der HE, dass sie das übernehmen werden, weil es ist ja wirklich auch extrem ätzend, wenn man am Turm der Maus zum Beispiel auch hier auf der oberen Seite des Turms getroffen wird und dadurch fliegt entweder das Munitionssager raus oder aber sogar man brennt. Das ist natürlich dann super unangenehm gewesen. Ja, das nächste Thema ist bei mir eigentlich ein Dauerthema im Stream, das sind die Artis und Wargaming möchte die Arti überarbeiten. Anscheinend gibt es dann drei neue Munitionstypen. Es gibt eine HE mit einem festen Schaden, großen Splash und Stun, das könnte unsere Standard-HE sein. Dann gibt es eine zweite HE, die einen kleineren Splash hat, größeren Schaden verursacht, aber keinen Stun bewirkt. Und zu guter Letzt gibt es dann noch eine AP, die regelmäßigen Schaden machen soll und natürlich auch keinen Stun hat. Das sind so die drei Munitionstypen, die Wargaming momentan geplant hat. Jeder dieser Munitionstypen hat eine unterschiedliche Flugbahn und die soll natürlich dann auch, die Hoffnung ist natürlich, dass dann die Spieler lernen sollen, wie diese verschiedenen Munitionstypen sich bewegen und natürlich halt fliegen. Heißt also, man muss dann ein bisschen lernen, ein bisschen mehr lernen, also nur immer einen HE-Typ haben, der immer gleich fliegt. Dazu kommt, wenn man vollgeladen ist, also wenn der Schuss im Rohr drin ist, kann man umladen und die soll dann auch viel, viel schneller sein. Also zum Beispiel, ihr seht, yo, ich habe die HE drin, für mehr Schaden, aber plötzlich ist da so eine super, super geile Gruppierung an Fahrzeugen, ne? Und ihr denkt, boah, weißt du was, ich möchte eigentlich super gerne umladen auf die Stun-HE, weil ich einen größeren Splash habe und so, aber das geht super, super lange und das mache ich jetzt nicht. Das wollen sie überarbeiten und ich kann mir gut vorstellen, dass sich dann Wargaming sagt, yo, ihr kriegt zum Beispiel 75 Prozent eurer Nachladezeit refunded oder zurück, dass ihr das viel schneller machen könnt, dieses Umladen. Ist ja ein Prinzip, das es in World of Warships schon gibt und ich finde, das ist eine super, super Sache. Könnte vielleicht sogar auch sein, etwas, das im neuen Crew 2.0 implementiert werden könnte. Dann gibt es die Idee, dass man eventuell so ein Artie 6. Sinn ins Spiel bringen würde, also ein Indikator, wo gerade die Artie hingeschossen hat. Das soll den Leuten helfen, zum Beispiel, wenn ihr ein Scout seid und ihr seht, oh, es wurde gerade in meinen Busch geschossen von der Artie, also der Schuss ist noch im Fluge, dass ich sofort aus diesem Busch rausgehe. Es kann natürlich aber auch helfen im kompetitiven Bereich, wenn ihr zum Beispiel seht, yo, ich bin mit dem EBR hier und her fahren und ich sehe plötzlich, oh, irgendwie 50 Meter vor mir ist ein Indikator, dass die Artie gerade dahingeschossen hat. Jetzt fahre ich natürlich nicht so da rein, sondern ich fahre jetzt in komplett andere Richtungen. Ich finde es nicht schlecht, oft ist es aber natürlich auch das Problem, dass es halt schwierig ist, in einem schwereren Fahrzeug, also des mittleren Panzers, wie aber auch TDs und Heavys da überhaupt noch wegzukommen, dass man weiß, oh, I'm already dead, oder? Des Weiteren soll es anscheinend einen Siege-Modus geben für Artie. Also kann gut sein, dass endlich diese Schaufeln hier oder diese Bremsen einen Sinn haben könnten. Die Idee ist dahinter, dass Artie nur in diesem Siege-Modus schießen kann, höchstwahrscheinlich vergleichbar mit dem von den Schweden TDs. Eben, ihr müsst in den Modus rein und dann dreht ihr euch vielleicht schneller oder auf der Stelle und ihr seid aber super langsam, aber ihr könnt schießen. Das ist natürlich ein Game Changer, weil das natürlich erlauben würde, nicht mehr einfach geschottkern zu werden, was uns teilweise in gewerteten Gefechten bzw. in Clan Wars-Gefechten schon öfters mal das Spiel verkackt hat, weil das passiert ist. Das ist natürlich super, super ätzend. Und das ist meiner Meinung nach eine gute Änderung. Problem ist halt einfach, man sagt ihr momentan, Artie braucht keinen Skill, man kämpft nur hinten rum und klickt. Und dann ist eigentlich genau das Gleiche, weil man sich ja jetzt nicht mal mehr bewegen sollte, weil man diesen Siege-Modus hat. Des Weiteren möchte Wargaming den Tracern eine stärkere Farbe geben, macht es natürlich dann auch einfacher zum Countern. Es soll anscheinend einen Splash-Zone-Bereich angezeigt werden, damit man ungefähr weiß, ja wie groß ist denn jetzt der Splash? Und eventuell ein Indikator auf der Minimap, wo die Artie getroffen hat vom Gegner, damit ihr weiß, oh, die Artie hat zum Beispiel gerade in diesen Sektor dort geschossen, oh, gut zu wissen, heißt das, ich muss mir vielleicht ein bisschen zurückziehen, weil die Artie eventuell hier hinguckt. Alles in allem hört es sich gar nicht mal so verkehrt an. Es gibt leider aber zwei große Punkte, wo ich jetzt einfach erstmal die Stirn runzle und mich nicht so happy bin. Erstens, wenn AP kommen sollte, wieso? Wir brauchen nicht AP. AP ist extrem random abhängig, extrem RNG abhängig. Und was ist der Sinn von einer AP? Ist auch nicht geil, wenn man dann plötzlich zum Beispiel eine Tausende ins Gesicht kriegt, oder von einem Fahrzeug, das 700 Meter von dir entfernt ist, oder das zum Beispiel dann zu einem Amorak führen kann, weil natürlich diese Fahrzeuge höhere Modulschäden hat. Und dann wird natürlich wieder sehen, wie in der T92 eine Maus-Amorak, ne? Full-HP. Keine Ahnung, ist jetzt nicht so meins. Das zweite Problem ist, dass die Tracer eine steckere Farbe kriegen, aber die Fahrzeuge einen Siege-Modus haben, aka super langsam sind, um sich zu bewegen. Heißt also, die erste Artie, die schießt, die kriegt auf die Schnauze, ne? Wenn du eine einigermaßen kompetente Artie hast. Und wenn Artie weiterhin so einen Einfluss hat im Spiel, wie es jetzt ist, kann das natürlich ein harter Game-Changer sein. Wenn ihr, halt zum Beispiel auf einer Karte wie Mali oder Proko, am Anfang eurer Runde eure Artie rausgesplasht kriegt, oder rausge-countert kriegt. Das ist natürlich dann Ultrascheiße. Und zu guter Letzt etwas, das ich auch mal angemerkt habe in einem Feedback, ist einfach, jo, nehmt der Artie die Pen weg. Es ist super frustrierend, dass Artie einfach so random ist. Ich habe kein Problem, wenn ich halt konstant Schaden kriege, aber wenn dann plötzlich ein 1200er kommt, in meinem Badger oder so, wo ich nichts dagegen machen konnte, weil ich noch in der Fahrt war, noch nicht in Deckung war und dazu noch abrenne, das ist natürlich ultra frustrierend. Wenn das dann auch zum Beispiel noch in einem CW passiert und ihr dadurch das Game verliert, dann ist natürlich der Frustfaktor enormes groß. Ich bleibe weiterhin meiner Meinung, dass die Artie keine HE-Pen mehr haben sollte, genau wegen diesem Grund. Und ich weiß, das ist ein kontroverses Thema. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Das nächste kontroversere Thema ist Crew 2.0 und hier wurden mal ein bisschen mehr Details gegeben. Der wichtigste Punkt ist, sechster Sinn ist standardmäßig vorhanden. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und das ist der Game Changer eigentlich auch ein bisschen. Ich möchte anmerken, für mich ist 2021 ein sehr, sehr wichtiges Jahr für World of Tanks. Weil sie sprechen sehr, sehr viele Themen an, die Dörne im Auge sind von mir und von vielen Spielern allgemein. Crew 2.0 ist genau so ein Thema. Denn das jetzige Crew-System ist super unfair gegenüber neuen Spieler und ohne neue Spieler wird World of Tanks nicht mehr wachsen und wird langsam aber sicher nur noch eine Core-Player-Base haben und es wird halt immer weniger. Und ich habe das Gefühl, wenn Wargaming Crew 2.0 richtig gut hinkriegt, dann kann es sein, dass World of Tanks eine Renaissance kriegt, die das Spiel verdienen könnte. Aber eben, dazu muss alles auch stimmen. Und das Crew-System muss stimmen, sowie aber auch die ATI und die HE-Reworks, sowie aber auch Premium-Munition-Reworks müssen stimmen, damit World of Tanks sich eine Renaissance verdient. Ja, Crew 2.0, anscheinend wird es 75 Stufen an Skills geben. Momentan ist geplant, dass dies äquivalent sei zu einer 5-Skill-Crew. Es gibt dann neuerdings nur noch ein Crew-Mitglied und das ist der Kommandant. Es gibt also nicht mehr Panzer mit 5 Crews, 4 Crews und 6 Crews in einem Baum, sondern es gibt nur noch den Kommandanten. Das ist äquivalent zu dem System, das wir in World of Warships kennen. Eine Besatzung, nennt sich dann das, kann bis auf drei verschiedenen Panzer geskillt werden. Heißt also, wenn ihr zum Beispiel einen 10er habt, und ihr eine Crew habt oder eine Besatzung habt, dann kann die noch auf einen 9er und auf einen 8er dieser Linie geskillt werden. Das ist natürlich eigentlich ein super Gimmick oder ein super Feature, finde ich, für viele Leute, die halt schon ein bisschen mehr in dem Spiel haben und halt jetzt nicht auf jedem einzelnen Fahrzeug eine Crew sich zusammenzüchten möchten. Also das ist etwas, das mir persönlich extrem hilft. Es gibt dann neuerdings auch Instruktoren. Diese geben Bonus auf verschiedene Skills und sind spezielle Crews, also zum Beispiel Santa Claus oder Jack Norris dann oder Frauen oder Null-Skill-Pia-Cruise. Das sind dann solche Instruktoren, die euch verschiedene Bonus auf verschiedene Skills geben. Wenn ihr zum Beispiel Borderlands gespielt habt, dann wisst ihr ungefähr, was das sein könnte, wenn ihr da zum Beispiel eine Waffe habt, die euch plus zwei in Skill XY gibt. Das ist dann wirklich so vergleichbar oder das ist momentan so geplant in Crew 2.0. Sie sagen auch, das Konvertierungssystem wird fair sein, also es wird kein Verlust für die Spieler geben. Und eben, das Konvertierungssystem wird im ersten Sandbox zu diesem Thema getestet. Dazu haben wir hier noch zwei Bilder. Ihr könnt sehen, es gibt dann fünf verschiedene Unterkategorien. Tactical Training, Gun Training, Technical Training, Driver Training und Operational Training. Wir wissen natürlich noch nicht, was es gibt. Jeder dieser Unterbäume hat dann schlussendlich einen Top-Skill. Also hier Moral, Team Spirit, Rapid Fire, Cleanshot. Und dieser ultimative Skill hat natürlich ein bisschen größeren Einfluss als andere Leute. Und es geht halt darum, dass man seine Fahrzeuge halt wirklich personalisieren kann auf seine persönliche Spielweise. Und es ist halt interessant zu sehen, was bedeutet Predictability. Predictability ist ja eigentlich Vorhersehbarkeit. Heißt es dann, dass diese Skill uns weniger RNG gibt, dass die Kanone genauer ist, zum Beispiel 3% genauer oder so. Rapid Fire heißt es, dass wir vom Haus aus 5% schneller nachladen. Heißt Cleanshot, dass wir weniger Pan-RNG haben. Das sind jetzt wirklich alles Sachen, das ist jetzt alles offen. Und ich weiß, viele Leute sagen, yo, fasst meine Crews nicht an. Ich will das nicht. Aber ich muss sagen, ich bin extrem offen in der Hinsicht, weil es kann super interessant werden. Und ich hoffe darauf, Wargame, dass hier, also ich hoffe darauf, dass Wargame wirklich ein paar große Schritte nach vorne macht und auch ein paar Risiken einnimmt. Equipment 2.0 war ja jetzt ein bisschen behaglich, würde ich sagen. Oder nicht gerade so tief. Man muss jetzt sagen, sobald man sich langsam eingewöhnt hat, es gibt jetzt wirklich tolle Kombos. Vor allem im Competitive-Bereich. Jetzt die HP-Module haben einen riesen Vorteil gekriegt oder eine riesen Einbindung in kompetitiven Bereiche. Und ich kann mir auch gut vorstellen, im 2-Versus-2-Turnier mit Maus werden wir viele, viele Fahrzeuge sehen mit HP-Modulen. Freue mich drauf, by the way. Super Sache von Maus. Und darum, ich bin gespannt, wie sich das da einbinden wird. Und ich hoffe wirklich darauf, dass Wargaming da ein paar riskantere Moves probiert und schnell daran ist, ein Rework oder eine Balancing-Endung zu bringen, sobald das dann rauskommen würde. Hier noch ein anderes Bild. Könnt ihr sehen, eben, sechster Sinn ist immer da. Eben, dass ja auch verschiedene Fahrzeuge getrainiert werden können. Premium-Fahrzeuge sind davon ausgenommen. Also alle Fahrzeuge, die Mediums sind oder Medium-Besatzungen, können auf alle Premium-Mediums geklatscht werden. Ihr könnt ja auch sehen, was so geplant ist von den Instruktoren. Anscheinend kann man hier bis zu vier Instruktoren reinklatschen. Hier haben wir eine von den Weihnachtsfrauleinchen. Und hier könnt ihr zum Beispiel sehen, dieser Feuer-Skill und dieser Rapid-Fire-Skill kriegt nochmal plus 2. Und anscheinend kriegt ihr nochmal 25% mehr Crew-XP. Ob dann diese Frauen-Crew dann auch... Anscheinend sieht es auch aus, dass diese Instruktoren dann auch der Weg sein werden, wie ihr dann einen speziellen Sound habt. Also wenn ihr zum Beispiel Mailand habt, dann wird Mailand ein Instruktor. Wenn es dann Marty Wolle oder so wird, ja, haben die dann höchstwahrscheinlich alle so ihre speziellen Sounds. Also das ist eigentlich eine interessante Sache und das wird dann über diese Instruktoren geregelt. Das nächste, was wir natürlich haben, sind neue Bäume, die geplant sind. Der erste, den kennen wir schon. Das ist der italienische Baum, der mit dem Bisonte Quarante Cinco angefangen hat. Und zu guter Letzt haben wir dann den Rino Ceronte auf Stufe 10. Den habt ihr ja schon bei Mailand gesehen. Habt ihr auch schon bei anderen Content Creator gesehen. War ja ein bisschen auch so ein Thema, das ein bisschen meh war, aber haben wir jetzt mal gegessen, haben wir auch diskutiert, intern auch. Was ich gut finde. Und sie haben uns natürlich auch unsere Seite gezeigt, also ihre Seite gezeigt. Punkt ist, die Italiener sollten soon kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies eventuell sogar Ende Januar passieren könnte. Ich bezweifle, dass dieses Update vor der Clan Wars Kampagne kommt. Die Clan Wars Kampagne ist ja Mitte Januar bis Ende Januar höchstwahrscheinlich geplant, mit dem Carro Compatimento Quarante Cinco, mit dem neuen Reward Fahrzeug, das momentan auch getestet wird. Ich schätze, das wird höchstwahrscheinlich nach der Kampa kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wargaming das noch vor der Kampa rausbomben möchte. Wäre aber sehr, sehr interessant. Alter, stell dir mal vor. Aber nee, 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 wäre nicht eine gute Idee. Weil wenn der Rino Ceronte echt ein bisschen zu stark wäre, dann wäre das super unfair und ein bisschen Pay-to-Win an die Leute, die jetzt dann Freakspay hätten und Zeit hätten, den Rino Ceronte reinzuklatschen. Ich freue mich auf den Baum. Der Bison hat mir trotzdem gefallen, obwohl er sehr, sehr schlechtes Gunhandling hat. Und ich bin gespannt, wie sich die anderen Fahrzeuge einbinden werden. Das Weitere natürlich, wir haben heute den neuen Skoda T45 gesehen, der Stufe 7er Premium, der kommt. Und es gibt einen neuen tschechischen Bau. Und ich kann euch versichern, die Hightier-Fahrzeuge werden auch Autoloader haben. Wie genau diese Fahrzeuge aussehen werden und was genau ihr Gimmick sein wird mit dem Autoloader, wissen wir nicht. Es ist kein Autoreloader, es ist wirklich wie der TVP ein Autoloader. Ich kann mir gut vorstellen, dass eventuell Wargaming hier einen Weg plant, wo sie sich sagen, jo, wisst ihr was, jetzt machen wir mal Autoloader mit Panzerung, aber super schlechter Mobilität. Also weiß ich auch gut, auf Warnenpanzerung nicht so wie der Kranwagen und vielleicht nicht so gut mit dem DPM. Der Skoda zeigt uns ja schon, dass der überhaupt nicht guten DPM hat. Bin gespannt, was mit dem passiert. Kann mir gut vorstellen, dass diese zu Gamescom kommen könnte. Das sind aber die einzigen Bäume, die geplant sind für 2021. Ein bisschen mager, wenn ihr mich nicht so fragt, aber wir haben noch ein paar internere Quellen. Eine interne Quelle meint, dass es anscheinend einen Radpanzerbaum gibt, der Briten. Hier kann man natürlich anmerken, dass es die Roycats gibt. Das ist eigentlich ein südafrikanischer Radpanzer und ich kann mir gut vorstellen, dass Wargaming hier probiert, nicht Scouts zu machen, sondern eventuell bereifte Kampfpanzer. Es gibt momentan, also für die Leute, die auch ein bisschen Wargaming spielen, gibt es momentan ein Winter-Event und dort kann man sich ein argentinisches deutsches Projekt namens P3 erspielen. Dieser Radpanzer ist größer als der E100. Lasst es euch mal auf eure Zunge zergehen. Das Ding ist größer als ein E100. Also wenn ihr das Ding dann nicht mehr trefft und rumheult, dass das zu schwierig ist zu treffen, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, euer Aim. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Wargaming theoretisch wirklich ein paar Radpanzerbäume ins Spiel reinbringen könnte, die eher als Panzerzerstörer sind, mit guter Mobilität, aber keiner Panzerung, anstatt hier wieder Jodeljochen, die mit 300 über die Maps außen. Auch nochmal als Beispiel der Centauro, der italienische Radpanzer, der mit einer L7-Kanone, also die gleiche Kanone wie der Leopard ausgerüstet war. Der ist über einen Meter höher, über einen Meter länger und fast einen Meter breiter als der EBR 90. Also das ist direkt nochmal ein fettes Stück fetter als dieser Radpanzer. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Van Van Scute Balance und diese Fahrzeuge nicht absurde Mobilität geben würde und sie als leichte Sniper-TDs ins Spiel bringen könnte, ohne Probleme man Radpanzer reinbringen könnte. Des Weiteren meint diese interne Quelle von Harkonnen, dass ein Vickers-Chieftainbaum geplant ist. Ich bin weiterhin der Meinung, dass der Chieftain Mark VI, der ja momentan schon in den Spielfeils drin ist und von Mailand ja auch auf dem chinesischen Server gespielt worden ist, theoretisch ins Spiel gebalanced werden könnte. Er hat über 100 Millimeter weniger frontale Turmpanzerung sowie eine Kuppel, die größer ist und nur 60 Millimeter dick ist. Wenn man also den DPM anpassen würde, kann ich mir gut vorstellen, dass ein Chieftain ohne Probleme ins Spiel kommen könnte. Ich habe einfach das Gefühl, dass Wargaming momentan ein bisschen ängstlich ist, was ja mit dem Chieftain CW Reward Fiasko halt unterwegs ist. Dieser Baum könnte natürlich auch eingeläutet werden mit dem Charlemagne. Vergiss nicht, diesen Stufe 8 komischen Heavy da, der ja auch da in dem Supertest momentan ist. Es war auch die Frage draußen wegen einem Schweizer Baum und dort hieß es, dass es zu lange dauert, diesen Schweizer Baum ins Spiel zu bringen. Nicht den Schweizer Baum konkret, sondern es braucht sehr viele Ressourcen, super, super lange, einen einzigartigen neuen Technik, neuen Baum und auch neue Nationen ins Spiel zu bringen. Ich habe dann gesagt, ja, eine Community aus der Schweiz, die von den Deutschen und sowie aber auch von den Österreichern definitiv gespielt werden würde, weil wir auch alle deutschsprachig sind, ist schwieriger und weniger lukrativ als wieder 12.000 russische Papierprojekte aus dem Arsch zu zaubern. Natürlich möchte ich super, super gerne einen Schweizer Baum. Nicht nur unterstütze ich Mitsutaios Anstrengungen, dieses Fan-Projekt durchzusetzen, sondern wir haben sehr viele Fahrzeuge, die nicht nur Papierprojekte sind, sondern auch existiert haben. Vom Typhoon natürlich auch bis zum Jagdpanzer 4-5, aber auch zu anderen Panzer 61 bzw. auch Panzer 74 Projekten. Wir hatten sogar eine eigene Wertersteigerung, Panzer 68 ET, welche eigentlich ein eigenes von Haus aus Projekt war, um nicht den Leopard 2 zu kaufen. Also wirklich sehr interessant, wie dieser Baum kommen könnte. Plus, es wäre natürlich interessant zu sehen, wie wird der Baum eingegliedert? Eigene Nation, würde dann der Panzer 58 Mutz zu einem Doppelt-Crew-Trainer werden, also Doppelnation-Trainer wie der Rudi, oder wird er in den deutschen Baum eingegliedert? Und natürlich, wenn es schon einen Schweizer Baum geben würde, okay, ich habe keine DMs, slide da nochmal rein, ich habe kein Problem mit, euer Sprecher zu sein für einen Schweizer Kommandanten, weil ein Schweizer CC, der gar Schweizerdeutsch spricht, war ja sicher kein Problem, oder? Oder redet besser gesagt nicht spricht, das wäre jetzt plötzlich für Deutsch gewesen. Anyway, nächstes Thema und das ist der Battle Pass 2.0. Neu gibt es dann nur noch drei Panzer und nicht nur zwei und es soll immer ein Heavy, ein TD und ein Medium geben. Dazu soll es anscheinend noch Akte geben. Es gibt verschiedene Optionen geben für den Spieler, mehr wurde da nicht wirklich gesagt. Die Styles sollen am Anfang des Battle Pass vergeben werden und sollten sich progressiv anpassen, also ein bisschen wie die Progressions-Decals. Interessant, ist auch gut zu sehen dann, wenn natürlich euer zum Beispiel ein Fahrzeug habt, das dann zum Beispiel ziemlich nackig aussieht und dann nachdem ihr ein bisschen da im Battle Pass grindet, dann hat er plötzlich ein MG, mehr Tannenzweige, mehr Farbe, mehr Embleme und so weiter und so fort. Und die wichtigste Änderungen, Punkte können anscheinend in Ranked, Frontline und etc. errungen werden. Das ist natürlich eine super Änderung, weil schlussendlich hat man sich oft so gefühlt, jetzt muss ich noch Battle Pass grinden, aber ich muss Ranked spielen, aber dann ist noch Frontline und Steelhander, ja das ist ein bisschen zu viel. Finde ich eine gute Änderung. Als nächstes wurde auch noch ein Map-Training geteased, das soll ein neues System sein, um auf Karten zu trainieren. Also nicht nur mit der Trainingsraum, sondern wirklich etwas, das von Wargame ein bisschen vorgegaukelt wird und soll ein Mix sein aus Trainingsraum und Bootcamp. Mehr wurde da noch nicht gesagt, es wurde auch da noch nicht super ins Detail gegangen, aber das ist auch ein Weg für Wargame, ihr seht's, um neue Spieler wieder ins Spiel zu kriegen. Auch mit Crew 2.0, also interessant zu sehen, wie sich das dann rausstellt. Dazu kommt auch noch ein neues Splatoon-Suche System. Hier muss ich einfach mal sagen, es werden anscheinend zufällige Spieler gesucht, die eventuell die gleichen Fahrzeuge oder die gleiche Tierstufe spielen wollen und die Mitspieler werden im Hangar angezeigt. Punkt ist, Leute, wenn ihr kompetente Platoon-Mitglieder sehen wollt und neue Freunde in World of Tanks finden wollt, macht das über Clans. Sucht euch einen Clan, sucht euch dort eine Community zusammen, geht auf Discords von Community-Kontributoren, ob es jetzt Mailand-Discord ist, ob es jetzt mein Discord ist und so weiter. Seid dort aktiv, schaut, wer auch aktiv ist und so können sich Freundschaften wirklich bilden. Also auch selber, ich bin auf dem Mailand-Discord dort sehr aktiv und ich habe da wirklich ein paar gute Kollegen kennengelernt, mit denen ich auch oft selber so in den so Dadle-Sachen bespreche, auch mal Hilfe kriege für ein Video und so und ich kann euch wirklich nur empfehlen, sucht euch eine Community, wo ihr aktiv sein könnt, sucht euch einen Clan, wirklich Clans können euch so viel helfen und ja, ein Clan kann euch auch gratis Training anbieten und dafür müsst ihr nicht auch zahlen. Also wenn ihr mal einem Clan drin ist, ich kann mir gut vorstellen, auch der T17-Clan von Arzum ist da wirklich super mit dabei, Arzum selber leitet ja auch und kann euch da Feedback geben, Chess ist auch ein sehr, sehr guter Clan. Ja, also da finde ich Platoon-System schön und gut, es sind random Leute und im Clan, wenn ihr ein paar Leute habt, die nicht gerne mitspielt, dann ignoriert sie halt und wenn ihr ein paar Leute findet, die mit ihr gerne spielt, dann bilden sich Freundschaften. Also lieber im Clan, als jetzt über so ein random Platoon-System sucht. Meine persönliche Meinung. Gehen wir zum letzten Punkt, das ist das Diverse. Anscheinend kommt diese Hafenkarte zurück, die war jetzt schon ein bisschen getestet worden, Chapport heißt die. Bin gespannt, wie die überarbeitet wird und ja, neue Karten sind immer willkommen. Es sind ja noch zwei weitere Karten im Bereich oder im Bauen. Eine heißt ja, glaube ich, Canyon, dazu habe ich leider noch kein Video gemacht, weil ich nicht dazu gekommen bin, weil da zu viel los war mit der Uni. Und wir haben noch weitere Sachen, eben Hafen kommt zurück, Stahljäger, Frontline- Halloween-Modus und der Waffenträger-Modus kommt zurück und wichtig ist, Stahljäger als erstes. Finde ich nicht gut, ich bin ausgestahljägert, vor allem nach diesem CC-Event. War aber eine saugeile Sache. Schade, super RNG-Modus, dafür so viel Geld zu vergeben, holy shit. Aber es war super spaßig und war geil zu sehen, dass wir gecastet worden sind. Es war geil zu sehen, wie wir Ideen rumgeworfen haben, wie zum Beispiel dann noch am Schluss diese Alequin-Only-Runde. War geil zu sehen, dass wir die Ideen gebracht haben. Yo, Proximity-Chat war doch richtig lustig. War geil zu sehen, wie wir uns gegenseitig noch ein bisschen geteased haben in den DMs oder gegenseitig noch im Chat so, yo, was soll das und so, weißt du? Also es war eine super, super coole Sache. Es war ein super cooles Event und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht und der Puls ging da echt hart steil. 166 war, glaube ich, mein Rekord während dem Event. Trotzdem, Stahljäger, ich bin ein bisschen ausgestahljägert. Ich wünschte mir Frontline und ich hoffe, dass Worldgaming, wenn es wieder eine Expedition macht, alternieren. Ein Monat Stahljäger, ein Monat Frontline, ein Monat Stahljäger, ein Monat Frontline. Nicht Stahljäger, 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 Frontline, 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 Frontline. Das ist mir zu viel. Das ist mir wirklich zu viel. Aber es sind ja schon Endungen auch am Frontline-Karten geplant und wurden auch schon gemacht auf der Winterkarte. Also Worldgaming ist aktiv mit dabei. Bin gespannt, was Worldgaming da macht. Es wurde, glaube ich, auch ein bisschen was geredet über eventuell Modis für Stufe Siebener und Stufe Neuner. Was das heißen soll, würde ich zu sagen. Also ein Ranked-Modus mit Stufe Neuner ohne Reward-Fahrzeuge oder Siebener würde ich super bevorzugen oder würde ich super willkommen heißen. Habe ich auch schon angeweckt in meinem Video. Ja, natürlich weiterhin mehr Rebalancing sind geplant. Ich muss jetzt auch sagen, dieses Jahr hat Worldgaming schon ihr Wort gehalten. E50M wurde überarbeitet und fühlt sich angenehm an. Und 1.2.1 wurde überarbeitet. Ja, nice, oder? Also es wurden wirklich ein paar Fahrzeuge überarbeitet. Die EPRs wurden genervt. Finde ich jetzt nicht schlecht. Also 1.2.1 lässt sich noch drüber streiten. Der 430U-Nerf lässt sich drüber streiten. Aber schlussendlich muss ich sagen, hat Worldgaming doch bewiesen, dass sie wirklich dran sind, Rebalancing zu machen. Es sind leider keine Pläne für Trainingsräume Verbesserungen geplant. Finde ich schade. Eine wichtige Verbesserung wäre Worldgaming.com. Haut einfach diese Kosten raus. Trainingsräume sind dafür da, zu trainieren und zu testen. Ich habe keinen Bock, dass wenn ich mit meinen Leuten was testen will und wegen Goldmunition wie gut die Panzerung ist, dass ich da 100.000 Minus mache. Das ist ein super, super, das ist eine 1.1.0 Änderung im Code höchstwahrscheinlich. Das kann nicht so schwer sein. Macht das bitte. Das ist eine Verbesserung, die super wichtig wäre und super viel helfen würde. Es sind auch keine Pläne da für Stufe 9, C-11er Panzer und höher. Also, er hat im Livestream gesagt, ja, die Frage sei komplex. Die kurze Antwort ist nein. Die lange Antwort, ja. Es wären Ideen da. Es gibt vielleicht mal Modis, wo wir einfach nur Hightier Panzer haben. Vielleicht so ein April-Modus, wo wir zum Beispiel T90s und so fahren haben. Ja, aber geplant ist es wirklich nicht. Aber ich möchte mal anmerken, War Thunder hat das genau das Gleiche gehabt. Vor zwei oder drei Jahren oder vier Jahren sogar gab es ein April-Event, wo man Leopard 2 A6 gespielt hat, T90, etc., etc., etc. Sie haben gesagt, nee, diese Fahrzeuge wollen wir nicht im Spiel, war jetzt ein April-Modus. Und dann vier Jahre später haben wir zum T90 mit diesen Scramblern, mit diesen roten Augen, die wirklich auch funktionieren. Boah, wer weiß. Es sind auch keine Pläne für Skill-Based Matchmaking da oder Matchmaking-Verbesserungen. Es sei ja ein Algorithmus, der sich komplett oder selber die ganze Zeit verbessert. Finde ich schade. Plus-minus-1 Wargaming. Wann? Plus-minus-1. Wir brauchen nicht plus-minus-2. Homefront kommt eventuell zurück. Sie wollen weiterhin an diesem PVE-Modus arbeiten. Das ist schön zu sehen. Das Gold-Money-Rebalancing wurde verschoben. Sie sagen, wir haben leider ein bisschen zu viel vom Kuchen abgebissen. Also, sie haben zu viel gegessen und konnten es einfach nicht halten. Sie wollen sich jetzt zuerst auf Art und dann das HE-Rework konzentrieren und erst dann das Gold-Money-Rebalancing machen. Zynische Zungen würden jetzt sagen, oder böse Zungen würden jetzt behaupten, dass dies natürlich gemacht ist, weil natürlich der Gold-Money-Spam dazu führt, dass man einen Premium-Account haben muss für Hightier und das natürlich lukrativer ist für die Firma. Ich persönlich möchte jetzt mal nicht den schwarzen Mann an die Wand malen oder den Devil's Atto Catch spielen und sagen, verständlich, es ist ein Riesenthema und solange sich Wargamy auf zwei von drei großen Hauptthemen konzentriert, bin ich jetzt auch damit einverstanden. Trotzdem, Gold-Money-Balancing muss kommen und es sollte auch ein bisschen ein Balancing zum Thema Weak-Spots geben. Ein Weak-Spot, der 270 mm effektive Panzerung hat, ist nicht ein Weak-Spot. Das muss man mit Standard-Munition penetrieren können. Okay, WG? Ja, Pläne für Blaupausen-Systemverbesserungen sind da. Man überlegt sich, eventuell ein Austauschen zu fordern und eventuell auch eine Währung zu fordern oder rauszumachen. Es gibt ja Anstellungen oder es wurde eventuell mal geplant beziehungsweise auch getestet und intern besprochen, dass man sich eventuell überlegen könnte, mit Blaupausen spezielle Fahrzeuge zu kaufen. Wäre natürlich ein super, super geiler Endgame-Content, wo man sagen kann, für 2000 universelle Blaupausen kannst du dir zum Beispiel all den neuen Kunze-Panzer kaufen. Ein einzigartiges Fahrzeug, das es nur über diese Blaupausen gibt oder den T22 Medium. Das wäre eine super, super coole Sache. Objekt 263b oder so. Das wären so Sachen, da würde ich jetzt sagen, yo, Wargame, das wäre eine super geile Sache für Endgame-Content, eben für Leute wie mich, für Leute, die das Spiel schon lange spielen und momentan eigentlich gar keinen Ansporn mehr haben, außer Gunmarks und Spielspaß natürlich. Wäre eine super, super coole Sache. Also das kann ich nur von ganz unterschreiben und unterstützen. Es gibt auch kleine Pläne für RNG, das so überarbeiten. Das war auch eine Frage im Russen-Stream, wo es gesagt hat, yo, überlegt euch mal doch im Sandbox-Server das RNG von 25% auf 15% runterzusetzen oder 10%. Die Antwort war, dass es höchstwahrscheinlich nicht gut rauskommen würde. Und ich sage es eben nochmal, Wargame. Jeder hat eigene Meinungen und jeder darf falsch sein in seinen Meinungen. Es kann sein, dass meine Idee von A, T, H, E wegnehmen scheiße ist. Dass meine Idee, dass Ranked ohne RNG scheiße ist. Punkt ist, probiert es einfach mal. Lasst die Community entscheiden. Die Community spielt euer Spiel am meisten und sind auch willig, mehr Geld in euer Spiel zu investieren, wenn sie Freude haben am Spiel und sagen, yo, ihr macht was für uns. Lasst das die Community entscheiden mit Tests, okay? Ihr wollt, dass wir testen? Dann gibt es was zu testen, das wir auch wollen. Ja. Danach dazu auch, bei Bedarf werden unbeliebte Panzer überarbeitet in 2021. Also Fahrzeuge wie zum Beispiel der WZ-Leitpanzer wäre da zum Beispiel der Rheinmetall-Baba-Wagen, Panzerwagen wäre zum Beispiel da auch eine, ein Fahrzeug. Persönliche Mission 3.0. Ja, das war auch ein Thema, wo ich einmal nur gesagt habe, yo, what the fuck, Leute. Jein. Pläne sind da, aber es soll einzigartig sein. Es heißt eigentlich, dass Wargaming geplant hat, sie könnten ohne Probleme eine dritte persönliche Kampagne machen. Wollen sie aber nicht, weil sie wollen diese persönlichen Kampagnen einzigartig gestalten. Und ich sag so, ich denke mir so, Wargaming, uns Spielern ist es eigentlich egal. Uns Endgame-Spieler, wir wollen einfach etwas haben, wo wir grinden können. Ein Ziel vor Augen, das nicht nur Gunmarks ist oder 200 Millionen Credits auf unseren Account klatschen. Unser Ziel ist es auch, was Neues zu ergrinden. Ich stehe momentan da, dort im Game. Ich habe alle Panzer im Spiel, die es zu erforschen gibt, erforscht. Und ich habe mir zu überlegen, alle Fahrzeuge mit eigenen Crews reinzusetzen. Bringt mir aber nichts, wenn ihr Crew 2.0 kommt. Es ist Endgame-Content, der von Spielern gewollt ist. Macht doch eine persönliche Mission mit alten Fahrzeugen, mit Fahrzeugen, die verloren sind. Eben, Orbit 263B, Su-122-54 zum Beispiel. Der alte Objekt 430 auf Stufe 10. Solche Fahrzeuge kann man sich mal gut überlegen, in solche persönlichen Missionen 3.0 reinzuklatschen. Anyway, es gibt keine Pläne für Rauchgranaten. Ein bisschen schade, aber man könnte sich überlegen, dass es mal funktionieren könnte. Und es gibt auch keine Pläne, eine anpassbare Garage für ganzjährige Zeiten einzuführen, weil sie halt so viele einzelne Garagen auch machen für Events. Ob es jetzt Gamescom ist, ob es jetzt Victory Day ist, etc. Und zu guter Letzt, es gibt ein neuer Brawl Club. Früh. Soon TM im Januar. Diesmal mit Ducky, Zircon, Arsenal und New Multi 2K. Ich finde es eine gute Sache, weil es wurde auch gesagt, sie wollen weiterhin mehr CCs in solche Events einbinden. Und dieses Jahr anscheinend ist es so, dass ihr wieder die Chancen haben werdet, die alten CCs, die da schon mitgemacht haben, also Mailand, Skill4LTU, Death Games und AEG, die Kommandanten wahrscheinlich zu erspielen. Höchstreich könnt ihr neue Kommandanten erspielen, eben wie Ducky, Zircon, Arsenal und New Multi 2K. Und es gibt anscheinend nochmal vier kleinere Teams. Und darunter haben wir Mati Wolle, der tschechische Kontributor, Lenny, der deutsche Streamer, PampuTV, der ja der französische, größte französische Content Creator ist. Und Ikibu, welcher natürlich, oder Ikisun, der der englische Video Content Manager ist, der ja auch dieses Q&A gehostet hat. So, wie schon gesagt, ich finde es eine gute Sache, weil schlussendlich es zeigt, dass sie jetzt auch andere Streamer genommen haben. Sie haben nicht wieder die Poster-Chiles genommen. Sie haben jetzt auch mal eigentlich einen Standpunkt gesagt, wo es zeigt, yo, wir sind bemüht, allen CCs mal so einen Platz zu geben. Und das gibt mir auch einen Ansporn, nochmal mich zu verdoppeln in der Größe. It's no joke, mein englischer Kanal hat mehr als die doppelte Anzahl an Abonnenten in einem Jahr gekriegt. Das gleiche gilt fast für meinen deutschen Kanal. Wir haben da fast 95% an Abonnenten zugelegt über 365 Tage. Und das ist für mich ein Ansporn, um zu zeigen, yo, Wargaming, ich habe eine wachsende Community. Wir kriegen das hin und im Jahr 2022 gibt es einen Raptor-Kommandanten. Ob es jetzt für dieses Eventi ist oder eventuell sogar für einen Schweizer Baum. Das sei jetzt hingestellt. Punkt ist aber eben, ich finde es ein gutes Statement, dass Wargaming halt jetzt auch andere Leute reingeklatscht haben und ich weiß, viele Leute sind ein bisschen gegen Ikibu, weil er halt teilweise sehr, sehr firmenbezogene Antworten gibt, wenn man es mal so nett sagen darf. Punkt ist aber, er macht seinen Job und er macht seinen Job gut und er hat auch eine Follower-Schaft und hat auch wirklich Leute, die ihn auch komplett unterstützen und ich muss auch sagen, er ist eine sehr sympathische Person. Also auch außerhalb vom Spiel, ich kann mit ihm gut über Themen reden und ich habe mit dem letzten Mal auch ein langes Gespräch gehabt, auch eben wegen diesem Split von Content Creators und CCs und es war wirklich augenöffnend, mit ihm so ein langes Gespräch zu führen und eben, man hat sich da auch nicht gefühlt wie einfach eine Person, sondern wirklich, man hat auf mich gehört und hat uns sein oder mir seine Seite beigelegt und es war eine super, super Sache. Ich weiß, Leute mögen ihn nicht teilweise wegen seiner Art, wegen dem Soon, wegen dem, manchmal auch ein bisschen schnippische Antworten, Punkt ist ab, er macht sehr viel für seinen Job und macht den Job eigentlich auch in 95% der Fälle gut. Punkt, was ich einfach ein bisschen halt auch ein bisschen nicht so mag, ist, wenn halt diese Corporate Answers kommen, eben so, ja, viele Leute liebten das Mirnir Event. Was habt ihr da zum Beispiel noch geplant für nächstes Jahr oder so beim Q&A? War halt ein bisschen so cringe, Mensch, ne, das war halt nicht so geil, finde ich persönlich. Aber eben, das ist halt Teil seines Jobs. Und natürlich, wenn wir schon Ikizun hier als Team haben, 2022 kriegen wir unseren Keyhand, der jetzt ja der deutsche Video-Content-Manager ist. Also ich persönlich würde mir sehr, sehr gerne einen Keyhand-Kommandanten in den Panzer setzen, weil Keyhand ist Love, seh wir ehrlich. So Leute, ein 2-Stunden Q&A-Stream zusammengepackt in vielleicht etwa 45 Minuten. Ich weiß natürlich, schneller geht's nicht, außer ihr lest es euch selber, weil ich möchte auch noch meine persönlichen Kommentare dazu geben, weil ich bin weiterhin daran bemüht, meine Stelle als CC zu benutzen, um Änderungen im Spiel vorzutreiben. Und ich sag das gerne auch mal hier, weil das war auch eine Diskussion im CC-Discord selber. Wenn es dem Spiel gut geht, geht es uns CCs auch gut. Es ist in unserem Interesse, in unserem Interesse, in CCs wie zum Beispiel Mailand, die davon leben, CCs wie Quickie Baby, die davon leben und so weiter und so fort, dass es dem Spiel gut geht. Denn je besser es dem Spiel geht, desto besser geht es uns allen, den Spielern, sowie aber auch uns CCs. Okay? Und darum ist es mir wichtig, dass ich weiterhin probiere, so viel es geht, aktiv an der Spielentwicklung Zeit zu nehmen, mein Feedback zu Updates zu geben, ob es jetzt Sandbox ist oder ob es jetzt solch andere Sachen ist. Und auch offenkundig über Probleme zu sprechen. Auch wenn ich dafür manchmal einen Mahnfinger kriege, mir geht, ich suche den Kontakt mit Wege, ich suche halt eine Option, da mich in der, ja, in der, wieder in der, in der Entwicklung teilzunehmen. Und ich weiß, meine Meinung kann, ich vertrete nicht jeden von euch. Also komplett logisch. Und ich habe auch keinen Bock, Murasor 2.0 zu werden. Das wäre eine ziemlich scheißige Sache. Also, so gebrannt mag zu werden, fuck. Anders kann man es nicht sagen. Aber, was ich sagen kann, und ich glaube, ich habe das schon mal vor zwei Jahren gesagt, aber, und dort war schon mal ein großer Wendepunkt für World of Tanks. Und ich sage es gerne noch mal. 2021 könnte der Wendepunkt für World of Tanks sein. Der Wendepunkt für viele Spieler. Crew 2.0, HE-Rework, RT-Rework. Das sind basically drei von den vier oder fünf Core oder Kernproblemen, die dieses Spiel hat. Wenn Wargaming dies richtig hinkriegt, kann, wie schon vorhin angemerkt, World of Tanks eine Renaissance kriegen, die sie verdient haben. Und ich muss auch wirklich ehrlich sein, ich bin mit vielen Sachen mit Wargaming nicht einverstanden. Eben, der Fakt, dass sie nicht testen wollen, zum Beispiel weniger RNG in einem Spielmodus oder so, ist halt einfach für mich unverständlich. Es ist auch logisch, ich sehe nicht hinter die, wie soll man sagen, ich sehe momentan wirklich nicht hinter den Vorhang, wie was da hinten läuft. Und wir dürfen auch nicht vergessen, weißt du, viele Leute zeichnen halt Wege halt dahin, als wären sie der Teufel in Person. Nur dafür da, Geld zu machen, wirklich nur, wirklich so ein bisschen der Chef Bezos halt noch. Einfach greedy des Todes. Und ja, Wargaming als Firma macht Fehlschritte. Das beste Beispiel ist World of Warships des Santa Crates. Das war ja ein riesen Debakel. Und World of Warships macht auch nicht alles perfekt. Jedes Mal sagt man, ja, man sagt ja so schön, das Gras ist grüner, grüner beim Nachbarn. Leute sagen, War Thunder macht das so viele Sachen besser. Ja, aber War Thunder hat auch Probleme, die mich zur Weißglut treiben. Die beide Spiele, weil der World of Tanks und War Thunder sind perfekt. Sie haben ihre Vorteile, sie haben ihre Nachteile. Und Punkt ist jetzt aber, das habe ich ein bisschen abgeschweift. 2021 kann wirklich eine Renaissance sein für World of Tanks oder der Absturz. Das Crew Rework ist massiv. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass dieses Crew Rework eben halt entweder saugeil wird und viele alte Spiele wieder zurückbringen. Es kann aber auch sein, dass halt dieses Crew Rework viele alte Spieler wegtreibt, dass sie jetzt einfach denken, yo, was habt ihr getan? Es kann sein, dass dieses Crew Rework zu einer Pay-to-Win Sache werden könnte, wo es einfach heißt, die Leute, die 75, Level 75er Skills haben, dass die halt nur noch Fickificki machen. Und noch stärker sind. Aka Make the Rich Richer. Also die Leute, die lange spielen, noch besser werden, obwohl sie gar nichts zu tun haben. Und das natürlich noch abschreckender sein kann für neue Spiele. Es kann schwierig werden. Und vielleicht wäre sogar ein Approach of Less is More für Wargaming auch ein guter Weg. Punkt ist, das sehen wir dann. Das sehen wir dann, wenn es rauskommt, das sehen wir dann soon, wenn Wargaming uns das Crew Rework vorstellt. Und wie schon gesagt, ich werde weiterhin probieren, mein Bestes probieren, so viel es geht oder so viel Feedback reinzugeben, dass sie wissen, wie man es gut machen könnte, eure Stimme zu vertreten, aber auch natürlich meine Stimme zu vertreten. Und somit danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Entschuldigung, wenn es zu lange geworden ist. Ich hoffe, ihr hattet einen Kaffee, ein Bierchen oder so. könnte die Adventszeit genießen. Vergesst nicht vorbeizuschauen dann beim Cyber Society Turnier. Dazu kommen noch ein paar Infos von mir selber und noch von Jens natürlich, weil ich mit ihm zusammen streame. Ich freue mich drauf, es ist von gutem Zweck und soll euch auch mal zeigen, dass wir Gamer nicht nur fettig sind, verpickelt sind und im Kellerleben, obwohl ich glaube, ich auch hier einen Pickel habe, ich im Keller lebe momentan und aufnehme. Ihr wisst, was ich meine natürlich. Es geht darum, dass wir auch zeigen können, wir Gamer können was verändern. Ich freue mich drauf. Danke vielmals fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr weiterhin up to date sein wollt mit allem World of Tanks technischen. Cheers Leute, bleibt gesund und man sieht sich im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.